Ali, hallo und herzlich willkommen, ich check mal ganz kurz, das sieht alles gut aus, herzlich willkommen zum Aktienroundup, hier heute wieder ein Unternehmen dabei für uns, heute ist der 14.11., super spannende Handelswoche haben wir bereits, so halb hinter uns, heute ja Donnerstag, aber lasst uns direkt rein starten. In das heutige Unternehmen, in die heutige Branche, die wir uns anschauen wollen und ich habe hier mal eine Folie mitgebracht von unserer Technologiepräsentation, die wir letzte Woche gehalten haben zu unserem neuen Technologiedepot, was Anfang nächsten Jahres gestartet wird, da beginnt ja jetzt im Moment oder hat bereits begonnen so ein bisschen die Recherche dazu und wir hatten uns letzte Woche schon einmal damit beschäftigt, was für Unterkategorien oder was für Unterbranchen es dann tatsächlich in der Technologiebranche gibt. Ich habe mir hier tatsächlich mal eine rausgepickt, die Robotikbranche, hier die Folie von letzter Woche, wir sehen hier ein sehr starkes Wachstum der Branche und habe mich mal damit beschäftigt, okay, wie finde ich denn jetzt mal ein Unternehmen aus der Robotikbranche? Und habe mich einfach jetzt mal heute damit beschäftigt und will euch heute mal so ein bisschen mitnehmen auf meine Reise, wie ich so ein bisschen ein Unternehmen oder was heißt so ein bisschen, wie ich mich tatsächlich dann am Ende für ein Investment, eine Investmentmöglichkeit entscheide und wie da so ein bisschen mein Vorgehen ist. Im Robotikmarkt generell, der ist natürlich breit diversifiziert, wir haben unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten, unterschiedliche Komplexität der Roboter, wenn wir da an Logistikroboter denken, Flurroboter, die tatsächlich Kisten hin und her manövrieren oder am Ende an Robotertaxis oder auch an Robotermedizin, gibt es da natürlich verschiedene Anspruchsstufen und eine Stufe, die ich mir heute rausgesucht habe oder ein Bereich, den ich mir heute rausgesucht habe, ist der schnell wachsende Global Surgical Robotics Markt, das heißt der Robotermarkt für chirurgische Anwendungen. Ja und da sind wir so ein bisschen in der Königsdisziplin, denn diese Roboter sind in einem, ja müssen sehr präzise arbeiten, sind in einem sehr wichtigen Lebensumfeld unterwegs, wenn da kleine Fehler passieren, das sollte vermieden werden, wenn wir jetzt zum Beispiel an andere Roboter denken, wie jetzt zum Beispiel Logistikroboter, die in der Logistik unterstützen mit Warenlieferung, Warenauswahl, da ist das tatsächlich weniger schlimm, wenn da mal kleine Fehler passieren. In der Medizin, besonders in der chirurgischen Medizin können wir uns glaube ich alle ziemlich gut vorstellen, dass dort kleine Schwierigkeiten tatsächlich verhindert werden sollen und die Ausführungen möglichst präzise, möglichst genau und ja, wir uns einfach generell in einem lebenswichtigen Umfeld befinden, in einer lebenswichtigen Umgebung und dort natürlich keine Fehler passieren dürfen. Eine Aktie, die mir tatsächlich mehrfach aufgefallen ist, man geht ja da natürlich so ein bisschen auf die Suche, sucht okay Best Stocks, okay was sind die besten Unternehmen, die sich in diesem Robotikmarkt, in diesem Medizinrobotikmarkt beschäftigen und da ist mir ein Unternehmen tatsächlich häufiger wiederholt aufgefallen und das ist das Unternehmen Intuitive Surgical. Das Unternehmen ist ein führendes Medizintechnikunternehmen, das robotergestützte Operationssysteme entwickelt, um minimal invasive Eingriffe durchzuführen. Das bekannteste Produkt ist das Da Vinci Surgical System, das ist das Da Vinci Modell, ein Operationsroboter, der Robotik, Computerunterstützung und Bildgebung in einem kombiniert und damit Chirurgen ermöglicht, möglichst präzise Operationen durch einen minimalen Eingriff am menschlichen Körper durchzuführen. Da habe ich mich natürlich ein bisschen intensiver mit diesem Da Vinci Modell beschäftigt und tatsächlich haben wir auch eins in der Asklepios Klinik hier in Altona, tatsächlich sehr interessant, man denkt ja bei sowas tatsächlich immer eher an die USA, dass die da in den Krankenhäusern sowas schon vertreten haben, aber wir haben so ein System tatsächlich auch bei uns hier in Hamburg. Als nächstes, um mir so ein bisschen ein Gesamtbild zu verschaffen, wie die Aktie läuft, wie die Börse das Potenzial der Aktie einschätzt, wie das operative Geschäft auch in den letzten Jahren gelaufen ist, das spiegelt der Kurs eigentlich immer relativ gut wider oder es ist auf jeden Fall meine erste Anlaufstelle. Ja und was soll ich sagen, wir sehen hier im Kurs, den Kurs seit knapp 2016, sehen wir eine phänomenale Kursperformance, wir haben hier den Rücksetzer, den wir im Gesamtmarkt auch gesehen haben, hier natürlich deutlich stärker gesehen, wir haben hier natürlich auch eine deutlich höhere Bewertung, da gehen wir später noch drauf ein, sehen aber tatsächlich, dass wir in diesem Aufwärtstrend, den wir uns auch im Gesamtmarkt momentan befinden, wir erreichen ja gefühlt täglich neue All-Time-Highs in den großen Indizes. Diesen hat das Unternehmen sehr gut mitgenommen, wir sind von knapp 150 Dollar auf über 500 Dollar hochgeschossen, das ist mehr als eine Verdopplung, fast eine Verdreifachung innerhalb von knapp anderthalb Jahren und besonders relevant wird diese Entwicklung tatsächlich auch, wenn wir sie vergleichen mit anderen Unternehmen. Ich habe hier mal mitgebracht, hier oben tatsächlich Intuitive, Surgical, auch ungefähr der gleiche Zeitraum hier, wir haben hier eine Entwicklung bis auf fast 800 Prozent innerhalb der letzten sieben, knapp acht Jahre will ich mal sagen. Wir haben Striker mit dabei, ein Medizintechnikunternehmen, was wir uns hier im Aktienunternehmen auch schon angeschaut haben, was auch wirklich phänomenale Zahlen geliefert hat und eine phänomenale Kursperformance tatsächlich auch abgelegt hat. Das wird natürlich hier jetzt so ein bisschen in den Schatten gestellt von dieser, ja, von den rasanten Kursgewinn von Intuitive. Wir sehen hier zum Vergleich auch den S&P 500, der auch eine positive Entwicklung von knapp 200 Prozent in den letzten Jahren, in den letzten sieben, acht Jahren will ich fast sogar sagen, hingelegt hat. Und hier unten noch einmal zum Vergleich den wirklich sehr, sehr breit aufgestellten Medizintechnik, Medizinkonzern Johnson & Johnson, der tatsächlich in nahezu jedem Bereich der Medizin aktiv ist. Als nächstes ist natürlich erstmal ganz wichtig, was passiert Topline? Wie ist tatsächlich die Umsatzentwicklung der letzten Jahre gewesen? Ich habe hier mal unsere beiden oder meine beiden Vergleichsunternehmen wieder mit rangezogen. Wir haben hier SYK Striker und JNJ, der Ticker für Johnson & Johnson und hier am Anfang natürlich Intuitive Surgical mit dem etwas unaussprechlichen Ticker. Und wir sehen die Umsatzentwicklung in den letzten, ja, ich gehe mal ein Stück hin zur Seite, in den letzten zehn Jahren wirklich bei allen Unternehmen eigentlich eine sehr positive Entwicklung. Wir sehen aber tatsächlich, dass Intuitive Surgical doch mit einer Umsatzsteigerung von fast über, ja, fast 250 Prozent in den letzten zehn Jahren hier doch wirklich die Nase vorn hat. Das ist natürlich hier auf sehr hohem Niveau. Wir sehen auch Striker mit einer Umsatzentwicklung von über 100 Prozent in zehn Jahren und Johnson & Johnson auch mit einer positiven Umsatzentwicklung natürlich auf deutlich, deutlich höherem Niveau. Intuitive Surgical ein relativ umsatztechnisch relativ kleines Unternehmen, besonders im Vergleich zu Johnson & Johnson, die ja tatsächlich knapp 100 Milliarden Umsatz im Jahr erzielen. Das nächste Wichtige ist natürlich, Umsätze sind ja immer hier sehr, sehr schön und Umsatzsteigerungen sind natürlich besonders schön anzusehen. Aber am Ende ist es ja besonders für uns Investoren sehr wichtig zu sehen, werden denn überhaupt Gewinne erzielt. Und hier sieht das Bild auch wieder sehr positiv aus. Wir sind natürlich hier auch in einem sehr positiven Sektor, der in den letzten zehn Jahren eine sehr positive Entwicklung gezeigt hat. Das sehen wir tatsächlich daran, dass wirklich jedes der Unternehmen den Umsatz, den Gewinn, vielleicht, auf fast 200 Prozent in den letzten zehn Jahren steigern konnte. Wir sehen hier eine sehr ähnliche Entwicklung, besonders hier in den letzten Jahren hinweg hin und sehen hier vor allem, dass Striker hier die Nase vorn hat. Und Johnson & Johnson auch über Intuitive Surgical die Gewinne steigern konnte. Gehen wir mal weiter. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen dann ein anderes Bild, was wir hier bei der Gewinnentwicklung sehen, als das, was wir bei der Umsatzentwicklung sehen. Nichtsdestotrotz schauen wir trotzdem weiter und gehen mal in die Bewertung rein. Und hier sehen wir tatsächlich wieder einen deutlichen Unterschied. Intuitive Surgical mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis, der deutlich über den der Konkurrenz ist. Johnson & Johnson mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis, das deutlich, deutlich niedriger ist. Zuletzt auch zurückgegangen. Den Rückgang haben wir tatsächlich bei allen Unternehmen gesehen. Wir sehen aber tatsächlich hier, dass hier sehr hohe Erwartungen der Börse drin sind. Und hier die Börse sehr hoch das Potenzial für die Zukunft einschätzt, sodass wir hier das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das heißt, dass die Bewertungen der aktuellen Gewinne doch sehr hoch sind, was auf eine potenziell bessere Lage oder noch bessere Lage des Unternehmens im Bereich der Gewinne in Zukunft schließen lässt. Gleiche Betrachtung sehen wir im Kurz-Umsatz-Verhältnis. Hier das Gleiche dann quasi nochmal für den Umsatz, die Erwartungen, die potenziellen Erwartungen oder die Erwartungen an den potenziellen Umsatz der Zukunft auch bei Intuitive Surgical hier sehr hoch. Wir sehen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von über 20, während die anderen beiden Unternehmen Striker und Johnson & Johnson moderate Kurs-Umsatz-Verhältnisse von unter 5 haben. Das ist tatsächlich ja eher das, was wir sehen. Ich bin hier schon einen Schritt zu weit. Wir haben hier einen kleinen Einsatz, einen kleinen Einbruch gesehen. Das ist ja das, was wir tatsächlich auch im Chart-Bild gesehen haben. Hier ist der Chart zurückgegangen. Umsätze sind trotzdem konstant, relativ konstant geblieben, will ich sagen, sodass hier das Kurs-Umsatz-Verhältnis einmal abgesagt ist. Jetzt zuerst natürlich mit der Kurs-Performance, die wir gesehen haben, ist das natürlich direkt wieder hoch über die 20er-Marke beim Kurs-Umsatz-Verhältnis. Das erinnert tatsächlich diese hohen KGVs, diese hohen Bewertungen und diese potenziell zukünftigen Umsätze, die sehr hoch bewertet werden. Erinnert natürlich etwas oder hat mich persönlich an Software erinnert, an SaaS-Unternehmen, das heißt Software-as-a-Service-Unternehmen, die sehr hohe wiederkehrende Umsätze und sehr hohe Brutto-Margen haben. Und tatsächlich ist das auch etwas, was hier bei diesen Medizintechnik-Unternehmen zutrifft. Wir haben wiederkehrende Umsätze, die sehen wir hier, konnten in den letzten Jahren auch deutlich prozentual gesteigert werden. Wir sind hier auf 83 Prozent der wiederkehrenden Umsätze im Moment. Da haben wir auf der anderen Seite die nicht wiederkehrenden Umsätze, die hier aus dem Verkauf der tatsächlichen Operationssysteme bestehen. Wir sehen hier auch eine positive Entwicklung und die hohen Brutto-Margen will ich hier mal vorwegnehmen. Wir schauen uns natürlich gleich noch den Snapshot an und dann werden wir auch diese sehr hohen Brutto-Margen des Unternehmens betrachten können. Lassen wir uns erstmal reinschauen, so ein bisschen in die Tiefe gehen und gucken, okay, was macht denn das Unternehmen? Wir haben gesehen, wir haben eine hohe Bewertung, wir haben eine positive Umsatzentwicklung, wir haben eine positive Gewinnentwicklung, ein Gesamtmarkt, der wächst und die Konkurrenten, die ebenfalls wachsen. Das heißt, es ist nicht nur das einzige Unternehmen, was wächst, sondern der Gesamtmarkt ist wirklich stark am Wachsen. Die Nachfrage steigt. Gucken wir uns die Geschäftssegmente an. Wir haben hier drei ausgewiesene Geschäftssegmente. Wir haben das eben schon gesehen, es gibt einmal den Bereich Recurring Revenues und die normalen Revenues, das heißt die wiederkehrenden Umsätze und die normalen Umsätze. Fangen wir direkt an mit den nicht wiederkehrenden Umsätzen, das heißt mit den Einmalumsätzen. Und hier runterfallen quasi die Verkäufe der Systeme, die Chirurgie-Systeme DaVinci und Ion. Das DaVinci-Modell ist tatsächlich der Top-Performer, da werfen wir gleich nochmal einen näheren Blick drauf. Machen hier 23% aus, das ist tatsächlich der Verkauf der generellen Hardware-Produkte. Ich gehe hier tatsächlich mal eine Folie weiter, dann können wir uns das tatsächlich ein bisschen besser vorstellen. Quasi der Verkauf dieser Systeme. Da gehen wir gleich noch ein bisschen näher ein. Das sind knapp 23%. Dann haben wir den Bereich Services. Hier geht es quasi um die Wartung, die Schulung und die wiederkehrenden Umsätze, die tatsächlich von den Systemen abgeworfen werden. Wir sprechen da von Schulungen und mehreren hunderttausend Dollar, die jedes Jahr an das Unternehmen gezahlt werden müssen, um Schulungen und die installierten Geräte quasi am Laufen zu halten. Da haben wir den Bereich Instrumente und Zubehör und dieser ist der größte Bereich und dieser ist auch wiederkehrend. Wir haben hier die Verbrauchsmaterialien, die für die Eingriffe benötigt werden. Wir haben dort einen Verbrauchsumfang von knapp 800 bis knapp 5000 US-Dollar pro Eingriff. Das heißt, die Instrumente, die dann tatsächlich am Ende, jetzt will ich tatsächlich hier mal weitergehen, am Ende an diese Arme angeschlossen werden, sind tatsächlich sehr kostspielig und müssen immer wieder neu beschafft werden, sodass hier natürlich Umsätze immer wiederkehren. An jedem Prozedere, an jeder Operation, die durchgeführt wird, verdient das Unternehmen also mit. Hier der Überblick, ich hatte es ja gerade schon so ein bisschen vorweggenommen, über die Chirurgiesysteme des Unternehmens. Wir haben einmal das DaVinci SP, kurz gesagt, das, ich würde nicht sagen Einsteigermodell, aber das Modell für Operationen mit nur einem Zugangspunkt. Wir sehen hier, wir haben nur einen Arm, an dem dann Endgeräte angeschlossen werden können. Da haben wir das DaVinci XI, das, ja, ich will nicht sagen High-End-Produkt, aber doch das Produkt für Höchstleistung mit verschiedenen Eintrittspunkten in den Körper, können hier minimalinversiv Operationen im Körper durchgeführt werden. Und dann haben wir das Ion-Modell, das Ion-Produkt, das Ion-System, was sich auf die Operation an Lungen, das heißt der Lungenbiopsie, mit der Lungenbiopsie beschäftigen. Lass uns weitergehen, das ist natürlich die Geräte. Ich konnte es mir tatsächlich selber auch nicht richtig vorstellen, besonders die Größe der Geräte hat mich doch dann am Ende sehr beeindruckt. Habe ich hier mal auf der linken Seite ein Bild mitgebracht, wie tatsächlich, ja, ein Beispiel auf der Einsatz der Chirurgiesysteme aussieht. Hier sehen wir das DaVinci-Modell mit den verschiedenen Armen und wir sehen hier, der Arzt oder der behandelnde Chirurg sitzt hier nicht mehr direkt am Operationstisch mit dabei, sondern sitzt an einer Konsole, sitzt an einer visuellen Bildgebung, hat hier in der Hand Controller, mit denen er quasi dann am Ende diese Arme steuert. Wir sehen hier auch die verschiedenen Aufsatzmöglichkeiten für die Arme, das heißt wir haben Produkte oder Anwendungsmöglichkeiten zum Schneiden, wir haben Anwendungsmöglichkeiten zum Verkleben, Anwendungsmöglichkeiten zum Halten, Anwendungsmöglichkeiten für die bildgebende Grafiken und sehen hier, dass hier dann diese Arme quasi diese Operation am Ende durchführen und hier am Ende haben wir noch die Bildgebung, die auch dann der Arzt sieht. Der Vorteil ist, glaube ich, relativ logisch, minimalinversive Behandlung, haben natürlich erstmal viele Vorteile. Wir haben kleinere Narben, schonende Operationen, präzisere Operationen und eine deutlich schnellere Genesung der Patienten. Und auf der anderen Seite befürworten natürlich auch Krankenhäuser die schnelle Genesung der Patienten, sodass diese schneller, ich will nicht sagen ausgetauscht werden können, aber dass am Ende mehr Operationen durchgeführt werden können, da die Betten nach Operation kürzer belegt sind. Wir sehen hier einen weiteren Vorteil, dass der Aufsätze des DaVinci-Modells, wir sehen hier den Vergleich des einen Aufsatzes, den wir auch hier sehen und der hier am Ende des Operationsarm sich befindet, sehen wir die alleinige Größe. Das heißt, wenn wir invasive, das heißt Operationen im Körper durchführen und die per Hand durchführen, müssen mindestens Löcher geschaffen werden. Löcher geschaffen werden, klingt dann doch wieder etwas komisch, müssen Schnitte geschaffen werden, in denen quasi der Chirurg mit seiner Hand und auch in der Bewegungsfreiheit mit der Hand in diesen Körper eindringen kann. Wir sehen hier im Vergleich dazu den Arm oder das Endstück des Arms des DaVinci-Modells, was deutlich kleiner ist, eine deutlich höhere Beweglichkeit in alle Richtungen hat, sodass wir hier einfach deutlich kleinere Schnitte, deutlich kleinere Narben und einfach eine deutlich bessere Operation am Ende durchführen können. Schauen wir nochmal so ein bisschen auf die Lieferübersicht, wollte ich fast sagen, auf die Bestandteile der Chirurgiesysteme. Die Chirurgiesysteme bestehen immer aus drei Komponenten. Wir haben einmal die Operationskonsole, die Steuerkonsole, die es dem Chirurgen ermöglicht, präzise Kontrolle der Systeme und Instrumente durch die Roboterarme durchzuführen. Hier sehen wir auch das Bildgebungsmodul, was wir auf der Folie eben gerade schon gesehen haben, das quasi ermöglicht, dass der Arzt sehen kann, was er macht. Dann haben wir das funktionale Modul, das tatsächlich am Ende die Operation durchführt und das Vision Card, was als Herzstück oder das Computerherzstück des Operationsmodells genutzt wird. Wir sehen hier auf der rechten Seite nochmal die Instrumente, die dazu geliefert werden oder die dazu bestellt werden müssen. Es gibt eine Vielzahl von Geräten oder Aufsatzmöglichkeiten, die das Unternehmen anbietet. Wir haben hier auch den Unterschied zwischen 10 Uses, 10 Uses, 10 Uses und hier sehen wir tatsächlich, haben wir ein Produkt, was Single Uses ist. Man kann sich also sehr gut vorstellen, dass hier der Verbrauch dieser Instrumente am Ende dann doch relativ hoch ist. Lass uns weitergehen und anschauen, dass das Unternehmen in den letzten Jahren auch einen Vorteil oder eine positive Entwicklung der durchgeführten Operationen mit seinem System erlebt hat. Wir sehen hier einen kleinen Einbrauch um 2020, bedingt durch die Corona-Pandemie. Wir sehen aber auch hier unten im Bereich, welche Operationen durchgeführt wurden, sehen wir, dass tatsächlich nahezu jede General Surgery, also fast jede Operation mit dem Unternehmen durchgeführt werden kann. Man profitiert dabei natürlich von verschiedenen unterliegenden Trends. Einer der wichtigsten Trends, der mir natürlich auch sofort ins Auge geschossen ist oder in den Kopf kam, will ich besser sagen, ist das wachsende Bevölkerungswachstum oder das steigende Bevölkerungswachstum. Und besonders dieser Bereich von 65 und älter und 15 bis 64, in denen die medizinische Versorgung dann doch etwas mehr wird im Alter, wächst doch sehr stark und nimmt einen sehr, sehr großen Anteil hin an, sodass die minimalinversiven Roboterlösungen des Unternehmens Intuitive Surgical hier auf jeden Fall in einem Wachstumsmarkt sich befinden. Wir haben das ja eben auch schon gesehen mit dem Kager von knapp 17 Prozent, wird hier ein wirklich sehr starkes Wachstum erwartet. Auf der anderen Seite natürlich, es ist ein US-Unternehmen und die USA natürlich wieder ein sehr stark, sehr stark in den Ausgaben für die Gesundheitspflege. Das Gesundheitssystem ist dort natürlich ein bisschen anders. Ich will da gar nicht zu tief drauf eingehen, welches vielleicht besser, welches vielleicht schlechter ist. Wir sehen aber tatsächlich, dass die durchschnittlichen Ausgaben für die Gesundheitspflege in den USA höher sind, was natürlich bei kapitalintensiven Maßnahmen, wie es diese Da Vinci-Modelle durchführen können, natürlich deutlich attraktiver sind für die Krankenhäuser, auch am Ende als in Ländern, wo die durchschnittlichen Ausgaben vielleicht etwas niedriger sind. Global sieht man, dass das Unternehmen von diesen Trends auf jeden Fall in den letzten Jahren profitiert hat. Wir haben das ja auch schon am Kurs, an der Umsatz- und auch an der Gewinnentwicklung gesehen. Man ist dabei, weiter neue Modelle, neue Systeme zu installieren, diese Systeme immer weiter zu entwickeln. Wir sind jetzt zuletzt 2023 auf knapp 1400 installierten Systemen gewesen. Wir haben hier auch immer den Bereich Trade-in, das heißt ältere Geräte werden gegen neuere ausgetauscht. Man arbeitet hier daran, die Produkte innovativ immer weiter zu entwickeln. Wir sehen hier auch wieder, wie gerade eben schon angesprochen, der Hauptmarkt ist tatsächlich die USA mit einem massiven Anteil von knapp über 50 Prozent, aber auch Asien und Europa sind in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Insgesamt haben wir ein Wachstum der installierten Systeme von 14 Prozent über den letzten Jahren im Durchschnitt gesehen, was auf jeden Fall auf einen positiven Trend schließen lässt. Dieser positive Trend reißt tatsächlich auch nicht ab. Besonders da nochmal herauszustellen ist das Drei-Phasen-Modell des Vertriebs für diese Systeme, für die Operationssysteme des Unternehmens. Wir haben die Phase 1 Adopt, in dem es tatsächlich darum geht, dass Krankenhäuser oder Gesundheitseinrichtungen die Produkte des Unternehmens zunächst erstmal einmal übernehmen und erstmal in ihre Operationstätigkeit einführen. Da geht es um das Operationalisieren, das heißt diese Operationen vergrößern und am Ende um die Standardisierung. Das heißt, es wird darauf geachtet, dass in Operationsräumen oder generell in Krankenhäusern nur ein Standardprodukt verwendet wird. Und das Ziel von Intuitive Surgical ist es natürlich hier, dieses Standardmodell für Krankenhäuser, für Gesundheitseinrichtungen, für Chirurgiehäuser darzustellen. Das Unternehmen schafft das tatsächlich auch ganz gut. Wir sehen hier ein Wachstum der Krankenhäuser, Gesundheitseinrichtungen von über 20 Prozent der DaVinci-Systeme. 20 Stück der DaVinci-Systeme, das heißt hier die Krankenhäuser, die mindestens 20 DaVinci-Systeme in ihren Häusern betreiben, ist deutlich schneller gestiegen als die installierten Systeme, die mit 14 Prozent gestiegen sind. Das haben wir eben gerade gesehen. Und hier dieser niedrigere Bereich mit sieben oder mehr DaVinci-Systemen installiert, wächst tatsächlich deutlich schneller auf 51 Prozent. Hier auch wirklich eine sehr schöne exponentielle Steigerung der installierten Systeme oder der Krankenhäuser mit mehr als sieben installierten Systemen. Lasst uns Zahlen, Daten, Fakten sprechen. Lasst uns reingehen in den Snapshot. Ich klappe den mal direkt ganz aus. Wir sehen eine hohe Bewertung, die sich natürlich dann direkt auch in den KGVs und Kursumsatzverhältnissen, ich hatte es am Anfang angesprochen, direkt widerspiegelt. Wir sehen hier aber tatsächlich ein kleiner Fehler. Hier sind das tatsächlich nicht Millionen, das sind Milliarden. Den Quartalsumsatz vom letzten Quartal Q3 2024, ein Umsatz von 2 Milliarden US-Dollar wurde erzielt, ein Gewinn von 570 Millionen US-Dollar. Und hier sehen wir jetzt tatsächlich auch die von mir anfangs angesprochenen hohen Margen, die hohe Großmarge von knapp 70 Prozent und vor allem die Profitmarge von fast 30 Prozent, die jetzt zuletzt auch nochmal deutlich gesteigert werden konnte, die dann tatsächlich an Softwareunternehmen erinnern. Es wird ein gigantischer operativer Cashflow erzielt, das heißt, das Unternehmen ist sehr Cash-positiv. Wir sehen auf der anderen Seite tatsächlich aber auch, dass der hohe Innovationsgrad der Geräte doch sehr Cash-fressend ist. Und wir sehen hier tatsächlich hohe Investitionsgüter, die jetzt besonders im letzten Quartal getätigt wurden, sodass wir hier auf einen negativen Cashflow kommen. Ansonsten Umsatzentwicklung sehr positiv, Gewinnentwicklung auch sehr positiv, knapp 40 Prozent. Wir sehen die Margenausweitung hier in diesem Bereich und ja, das einzige Manko, ich habe es ja auch mal in orange und rot anmarkiert, ist tatsächlich momentan die Bewertung sehr hoch. Und jetzt rutsche ich nochmal ein Stückchen zur Seite, ich hoffe zur richtigen Seite. Ja, das tue ich und hier sehen wir nochmal den Verschuldungsgrad. Sehr attraktiv von 0,1, dementsprechend die Interest Payment Coverage Ratio bei 170. Das heißt, das Unternehmen hat eine sehr geringe Verschuldung und muss sehr wenig Zinslast bedienen. Wir sehen die Umsatzentwicklung der letzten fünf Jahre. Auch hier einen sehr positiven Trend von 17 Prozent und die Earnings Per Share, man sieht so knapp, liegen bei 12 Prozent über die letzten fünf Jahre. Das Wachstum, auch hier eine positive Entwicklung. Und natürlich, was auch ins Auge sticht, ist die Entwicklung hier seit Year-to-Date knapp 60 Prozent im Plus. Die Aktie, wir sehen hier, es gab nicht viele Einstiegsmöglichkeiten in den letzten Jahren und besonders jetzt ist hier wieder All-Time-High angesagt. Wirklich sehr spannendes Unternehmen. Schauen wir mal rein in die, ah, schauen wir nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung. Das Ganze scheint hier nicht funktioniert zu haben. Naja, dann überspringen wir das tatsächlich. Lass uns gleich weitermachen mit der Pro- und Kontraliste zu Intuitive Surgical und damit auch den Abschluss finden. Wir haben auf der einen Seite die Pro-Seite. Das Unternehmen ist führend in der Position der Medizintechnik, in der Position der Robotik-Medizintechnik, hält einen Marktanteil der Operationssysteme von knapp 80 Prozent. Das heißt hier ein sehr dominanter Player auf dem Markt und auch eigentlich so ein bisschen der einzige Player, den ich so gefunden habe. Es gibt natürlich noch kleinere Anbieter, aber die Skalierung, die Intuitive Surgical an den Tag gelegt hat in den letzten Jahren, ist tatsächlich einzigartig gewesen, sodass man hier auf einen sehr hohen Marktanteil kommt. Wir haben einen sehr hohen Innovationsgrad. Wir haben das gerade gesehen. Das ist alles Technik, mit dem der Otto-Normalverbraucher am Ende nicht wirklich sehr viel anfangen kann. Das sind Chirurgiesysteme, die doch sehr komplex sind. Ich hatte es am Anfang kurz angesprochen, die hohe Komplexität, der hohe Innovationsgrad, der benötigt ist, um diese Systeme und die Patientenversorgung zu verbessern und vor allem auch zu gewährleisten. Wir haben KI-Integration zuletzt gesehen. Das neueste Modell, das DaVinci 5-Model oder das DaVinci 5-System, macht einen großen Fortschritt und setzt KI besonders bei der Bildgebung und bei der chirurgischen Navigation ein, um natürlich hier auch am Ende wieder die Patientenversorgung zu verbessern und die Eingriffe so effizient wie möglich durchzuführen und so sicher wie möglich natürlich noch. Auf der anderen Seite sind wir natürlich im Medizinbereich. Hier sind immer regulatorische Risiken. Der hohe Innovationsgrad führt natürlich dazu, dass man hier relativ vielen Risiken und relativ viel Überwachung durch die Behörden ausgesetzt ist, sodass Produkteinführung und mögliche Einschränkungen den Einsatzbereich der Geräte einschränken könnten. Wir haben die hohe Abhängigkeit von einem Gerät. Wir haben das gerade kurz gesehen. Es gibt zwar Variationen, es gibt das einfache Modell, es gibt das komplexere Modell, es gibt das DaVinci-Ion-Modell für die Lungenbiopsien, aber am Ende baut alles tatsächlich auf einer Plattform auf. Und das DaVinci-XI-Modell, der Marktführer im Moment, ist tatsächlich das Produkt oder das Modell, von dem das Unternehmen doch wirklich sehr abhängig ist. Anders als Unternehmen beispielsweise wie Striker oder Johnson & Johnson, die wir ja gerade auch im Vergleich mit hatten, ist man hier wirklich sehr spitz im Markt, hat tatsächlich nur dieses eine Produkt, in Anführungszeichen nur dieses eine Produkt und hat dementsprechend auf diesem Produkt natürlich deutliches Risiko, dass das Geschäft nachteilig beeinträchtigt wird, wenn es Probleme mit diesem einen Produkt geben sollte. Zuletzt haben wir wirtschaftliche Unsicherheiten. Wir haben es in den letzten Wochen auch viel besprochen, man bekommt es ja mit. Wir haben potenziell wirtschaftliche Abschwünge, besonders in Europa, aber auch in den USA droht dieser wirtschaftliche Abstimmung zuletzt mit der leicht steigenden Inflation wieder risikoreicher zu sein, sodass Gesundheitsbudgets von Krankenhäusern, aber auch Patienten dadurch beeinflusst sind und die Nachfrage nach den Geräten auf lange Frist, natürlich nicht den wiederkehrenden Umsatzanteil, der natürlich deutlich größer ist, aber die Nachfrage nach neuen Geräten auf jeden Fall deutlich unter Druck geraten könnte, sodass wir hier eine abschwachende Nachfrage und ein abschwachendes Umsatzwachstum, natürlich auf sehr hohem Niveau ist das hier ein Kontraargument, aber mit der hohen Bewertung muss man das tatsächlich auch in Betracht ziehen. Das war es zu Intuitive Surgical. Wir haben heute Abend die Aktienwerkstatt mit dem Thema Robotik. Wir wollen uns eine Sektoranalyse durchführen und einen Aktienvergleich von verschiedenen Unternehmen verschiedener Unterbranchen der Robotikbranche durchführen. Nächste Woche sehen wir uns im Market Roundup wieder. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben wieder eine sehr spannende Woche hinter uns gehabt jetzt. Und dann sind wir nächste Woche im nächsten Thema im Aktien Roundup, wollen uns Space Mobile angucken, sind hier tatsächlich also in der Weltraumbranche, in der Weltraumwirtschaftbranche aktiv und wollen mal schauen, was es für Geschäftsmodelle da gibt und was es für spannende Unternehmen vor allem da gibt. Ich freue mich, wir sehen uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020